Normalerweise ist Let's Dance-Star Anna Ermakova sehr aktiv in den sozialen Medien. Derzeit ist aber wenig los auf ihrem Account, aus einem traurigen Grund. Berlin, in den letzten zwei Jahren ging es beruflich Steilbergkauf für Anna Ermakova, Die Tochter von Boris Becker, gewann 2023 die 16. Staffel von Let's Dance. Anschließend konzentrierte sie sich auf ihre Musikkarriere und veröffentlichte unter anderem ein Duett mit Florian Silbereisen. Schwierige Zeit mit meiner Familie, Anna Ermakova spricht über Social-Media-Pause, Auch auf Instagram ist Anna Ermakova gefragt. Rund 145.000 User folgen dem Model aktuell. In letzter Zeit war es allerdings ruhig auf ihrem Account. Den traurigen Grund dafür deutet die gebürtige Britin nun im Interview mit RTL an. Ja, das war ein bisschen eine schwierige Zeit mit meiner Familie und so und mit der Presse. Es macht die Dinge nur komplizierter, wenn du in den sozialen Medien präsent bist. Offenbart sie am Rande der Ein-Herz-für-Kinder-Gala in Berlin. Dabei bezieht sich die Let's Dance-Siegerin offenbar auf den Verlust ihrer Oma Elvira. Die Mutter von Boris Becker war im November im Alter von 89 Jahren gestorben. Der tragische Verlust war nicht nur für den Ex-Tennis-Star ein großer Schock. Auch Anna Ermakova nahm die traurige Meldung anscheinend sehr mit. Let's Dance-Siegerin Anna Ermakova Ich bin ein privater Mensch. Wohl aus diesem Grund hat sich Anna Ermakova aus den sozialen Medien zurückgezogen. Es ist wichtig, einen Gang herunterzuschalten, um auf sich selbst aufzupassen und kreativ zu sein. Tanze, schwimme, singe, lass es raus, dann komm zurück, wenn du bereit bist und gib dein Bestes, erklärt sie. Mehr Details will die 24-Jährige nicht preisgeben. Ich bin ein privater Mensch, wenn es um familiäre Beziehungen geht, das wisst ihr, betont sie. Als einziges Kind von Boris Becker erschien die Sängerin nicht zur Beerdigung ihrer Oma. Gegenüber Bild äußerte sie sich folgendermaßen zu ihrer Abwesenheit. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020